Hey, wenn auch du etwas haben möchtest aus dem Item Shop oder vielleicht doch den Battle Pass, dann schreibt euch jetzt in die Kommentare, was ihr gerne haben wollt. Battle Pass oder etwas aus dem Item Shop. Dann schreibt einfach noch dazu, dass ihr meinen Creator Code benutzt. Und ganz wichtig, euren Epic Games Name, damit ich euch auch dieses Geschenk verschicken kann. Nett wäre, noch ein Abo. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Joos gemeines Zellivalisten, willkommen zurück zu Fortnite. Und heute geht es wieder um das Spire und zwar um die Aufgabe, besiege Glyphenmeister Raz und sammle das Spire Artefakt. Ihr seht es hier schon auf der Karte, ihr findet Glyphenmeister Raz hier in, oder bei das Spire. Den müsst ihr suchen. Wir suchen den mal schnell. Der dürfte hier irgendwo rumlaufen. Da ist er, seht ihr? Passt aber auf, er ist verdammt stark. Wir kämpfen jetzt mal, den müsst ihr jetzt besiegen. Und weg ist er. So, oh. Seht ihr? Der macht enorm viel Schaden. So, habt ihr ihn dann besiegt. Ganz simpel. Habt ihr auch noch einen geilen Boom-Bogen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ihr müsst das Spire Artefakt aufsammeln. Hier, Bäm. So. Dann habt ihr die Aufgabe erledigt. Und dann bin ich an der Stelle raus. Hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumlich nach oben. Wenn ihr neu seid, gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann werdet ihr doch gerne Kanalmitglied. Könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat. Oder gebt einfach im Itemshop den Creator-Code Sertivill3108 ein. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Haut's rein. Und ciao, ciao. Ciao. Ciao.